Liebe Bürgerinnen und Bürger, jetzt ist es endlich soweit. Wir sind auch weiterhin auf dem Weg zum Hessentag, Hessentag 2022 und haben uns erlaubt jetzt auch städtische Fahrzeuge zu folieren mit dem Logo und mit dem Schriftzug von Freunden umgeben. Wir gehen davon aus, dass der Hessentag 2022 das erste richtig große Fest in Hessen wieder wird. Und zwar ohne Maske und ohne Abstand wollen wir mit Ihnen zusammen in Heike feiern, präsentieren, was Hessen kann, was Hessen hat. Über die Region hinaus natürlich auch in das nordrhein-westfälische, in den nordrhein-westfälischen Bereich und in den Rheinland-Pfälzer Bereich. Und freuen Sie sich, wenn Sie die Autos demnächst in Heike sehen. Lächeln Sie ihnen zu, vielleicht winken Sie ihnen zu. Der Hessentag 2022 ist auf einem Top-Weg und wir freuen uns.